Yoroshiku onegaishimasu und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Shogun 2 Total War, die lange Kampagne mit den Mori. Und im letzten Teil haben wir unsere Siedlung so mehr oder weniger verwaltet. Wir haben vor kurzem den Auftrag erhalten, die letzte Provinz der Amako einzunehmen. Die wollen keinen Frieden mit uns, obwohl wir mit unseren Forderungen schon einmal runtergegangen sind. Jetzt haben wir auch mittlerweile einen Sneaky Deaky Ninja und ich wollte mir jetzt nochmal angucken, welchen Skill unser General jetzt als nächstes erlernen sollte. Ja, also was haben wir hier? Kommandant der Kavallerie. Das ist nicht so schlecht. Was haben wir hier? Religiös. Bekehren von Provinzen ist auch okay. Effektivität der Sammelnfertigkeit, Unterhaltskosten der Einheiten. Das ist eine feine Sache. Wir nehmen mal hier einen Punkt rein. Also wir einschüchtern. Minus 5 Widerstand gegen Invasoren in von diesem Mann eroberten Provinzen. Aha. Flüsst feindlichen Einheiten Angst ein. Reduziert die Moral. Plus 1 auf Repression in der Provinz. Coole Sache. Wir gehen auf jeden Fall mal auf diese Kavalleriesache hier. Gut, gut, gut. Er ist 51 Jahre, also so alt wird der Mann nicht mehr. Die Frage ist wirklich, ob wir hier diese Provinz jetzt schon angreifen wollen. Ich würde sagen, wir spielen das eher mal ein bisschen slow. Denn bevor ich jetzt hier in das nächste Wespen-Nest stoße und meine Beziehungen zu den anderen Clans verschlechtere, passe ich mal lieber ein bisschen auf. Nächste Runde wird unsere mittlere Buhne hier fertig. Da ist sie. Ne, das da dauert dann leider noch ein bisschen. Dann machst du mir hier noch eine Bogen-Kobai. Die kriegt ja einen Erfahrungsbonus. Kostet nur 100. Ah ne, warte mal kurz. Geh mal hier weg mit dem Teil. Und öffne mal den Diplomatie-Screen. Ich will immer noch mit den Chosokabe handeln. Ähm, ja. Handelsabkommen anbieten. Wenn ein Tiger an der Tür knurrt, hört man hin. Aber man lässt ihn nicht zum Tee hinein. Da hat er eigentlich recht. Ähm, okay. Also bevor der Tiger, der jetzt gerade bei dir vor der Tür knurrt, uns irgendwie unterbricht. Äh, Zahlung anbieten. Ähm, äh. Äh, warte, 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 ne, mach's so. Äh, 500. Über 5 Runden. Wiederholt bezahlen. Inakzeptabel. Shit. Äh. Ah, Moment mal. Äh, Zahlung anbieten. Haha, ich hab ne Idee. Wiederholt bezahlen. 5 Runden. Äh, militärischer Zugang. Äh, 5 Runden. Ne, will er nicht. Okay. Äh, militärischer Zugang. Äh, 10 Runden. Oh, komm. Hm. Ja, warte mal. Hehe. Ähm. Die Tsutsui. Die haben aber keine Ressourcen, die ich will. Die Shoni. Die haben halt immerhin Wein. Und das sind jetzt die Feinde der Ottomo. Äh, mit den Ottomo hab ich aber nix mehr am Sparren. Deswegen biete ich denen jetzt... Okay, das wollt ihr nicht, äh, ja, dann, ähm... Ich bitte eure Worte anhören. Obwohl ich nicht glaube, dass mir das etwas nützt. Doch, doch, doch. Das nützt ja auf jeden Fall was. Könnten eine Einigung erreichen. Könnten eine Einigung erreichen und so. Einmaliger Tribut 680. Deal. Aber nur, wenn sie auch handeln dürfen. Was sagt ihr? Was? Hä? Moment, wat? Ich werde euch Gehör schenken, aber ich hoffe, es lohnt sich. Jaja, warte mal. Hä? WTF? Äh. Moment. 500. Also eben wollte er... Hä? Ach komm, hier. Pack da noch drauf. Okay, wir machen es jetzt so. Kommt, Leute, ist jetzt scheißegal. Das war eben total verbaut und ich hab's verrafft und es tut mir leid und es war alles blöd. Äh, ist okay so. Jetzt kriegen wir wenigstens Wein. Vino ist super. Ah, apropos Wein. Prost. Ich trinke heute leider keinen japanischen Sake, Nihonshu beispielsweise genannt, sondern einfach nur ein Glas Riesling. Ist auch ganz ordentlich. So, nächste Runde gibt's Fettasche. Jetzt müssen wir doch eigentlich mit unseren Schiffen auch was gegen die Piraten machen können, falls wir von denen mal angegriffen werden. Ne, die Ikuiki. Okay. Ah ja, da will er jetzt abhauen. Er kriegt Verschleiß auf See. Oh, hat die Flucht ergriffen. Okay. Ah, die Urakami waren das. So, so. So, so. Okay, die Honma greifen uns nicht an. Das sind die Voko-Piraten. Seiner Schnelligkeit, Manövrierbarkeit und Kraft ist dieses Schiff vielseitig einsetzbar. Wegen seiner Vielseitigkeit ist es jedoch weniger effektiv als spezialisiertere Schiffe. Absolut richtig. So, wir haben die Kunst des Bogens erforscht und jetzt will er mir als nächstes die Kunst des Speeres andrehen. Wir machen aber den Weg des Meeres. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Upsala. Entschuldigung, falls es gerade ein bisschen laut war. Ich habe aus Versehen gegen meinen PC getreten. Ja, genau. Dann brauche ich nämlich auch dieses zusätzliche Schiffchen hier gar nicht. Wenn ich jetzt hier rüber will, dann musst du eh hier lang. Dann stelle ich doch mal hier hin. Ja. Oder sagt er jetzt tatsächlich Gomereo. Also ich verstehe immer Gomereo. Und dieses Tsungino heißt, was gibt es als nächstes? Also Tsungino Gomereo oder Tsungino Omereo. Ich glaube Omereo. Omereo. Ja, also dieses O am Ende als Frage. Und dieses Tsungi heißt so viel wie das Nächste. Ich habe euch das ja mal erklärt, dass diese Frage... Partikel wie jetzt zum Beispiel auch hier wieder... Aber warte mal kurz. Jetzt sag doch mal was anderes. Nein, das meine ich nicht. Ja, ich glaube Omere des Shoka. Naja, egal. Falls es einer von euch weiß, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Es würde mich freuen. Gomereo. Gomereo. Ja, also... Ich, äh, ich muss das nochmal nachgucken. Ja. What? Ich kann das Schiff nicht reparieren? Oh. Das ist aber äußerst schade. Bevor der mir da eine Handelsroute überfällt, greifen wir ihn an. Hm, automatisch. Sehr gut. Ja, Wunderbra. Ach, das ist nur ein... Küstendorf. Wir bauen einen Hafen. Warte. Wir bauen einen Hafen. Warum habe ich denn nicht direkt einen Hafen gebaut? Okay. Hm... Was machen wir als nächstes? Schade, das langt noch nicht direkt bis dahin. Ne, das ist okay. Okay. Wollen wir noch ein Handelsschiff? Ah, mein Ninja ist ja jetzt fertig. Hm. Ich will gerne hier runter. Es bietet sich aber auch an, hier oben lang zu laufen. Hatte ich nicht irgendwie sechs Runden Zeit für diesen Auftrag? Fünf Runden habe ich jetzt noch. Ja, genau. Plus zwei auf Moral für alle Einheiten. Cool. Ne, das hier wird nix. Okay. Ich kann die Straße ausbauen. Machen wir das? Ja. Ähm... Ich glaube, das war es dann auch erst mal. Wohl, muss ich den unbedingt fortbilden? Der kann... Kommst du auch bis hier? Ne. Hm. Ja, wobei ist eigentlich egal. Nächste Runde gehst du mal hier rüber gucken. Äh, hab ich irgendwo noch was hier liegen lassen? Ich glaube nicht. Es sieht eigentlich ganz okay aus. Schauen wir uns mal. Die Sachen hier an Geisel zurückgegeben. Ja, wunderbar. Mori Takakage wurde von den Urakami zurückgegeben. Der müsste dann auch bald volljährig werden. Äh, großer Clan zerstört. Die Hattori. Ah. Also nochmal für alle. Ähm, Doppel T. Silbe wird länger ausgeschoren, deswegen Hattori. Ihr kennt das aber auch aus Kill Bill, glaube ich, ne. Da gibt es ja das Hattori Hanzo-Schwert. Ähm, ob es das wirklich jemals gegeben hat, weiß ich gar nicht genau. Aber dieser Clan wurde jetzt zerstört. Nein! Durch ein hinterhältiges Attentat. Übel, übel, übel. Äh, die kriegen dich nicht. Ne, ne. Oder? Oh. Hoho. Wow. Oh, shit. Die Kisho Ninja sind erwischt worden, würde ich sagen. Und jetzt muss er Seppuku begehen. Den rituellen Selbstmord. Also in dem Fall. Harakiri heißt diese Praxis. In dem Falle Haraokiru heißt den Bauch aufschneiden. Hara ist der Bauch. Und Kiru heißt aufschneiden. Und, äh, Seppuku nennt man allerdings das komplette Ritual. Zu dem nämlich auch gehört, dass nachher der Kopf von einem Freund abgetrennt wird. Ähm, da gibt es ganz feste Regeln. Ich habe das schon in meinem Let's Play mit den Shimizu erklärt. Man darf also kein Zeichen der Schwäche und der Reue zeigen. Also man darf, man muss auch in eine bestimmte Richtung gucken. Der Kopf muss in einem Schlag mit dem Katana, mit dem Schwert abgetrennt werden. Und meistens macht das der beste Freund desjenigen, der eben Seppuku begeht. Diese ganze Zeremonie ist sehr durchorganisiert. Und ich habe auch schon mal darüber geredet, dass ich das nicht wirklich cool finde. Ähm, einfach weil es halt recht grausam ist. Ähm, und dadurch, dass dann halt dieser, dieser Selbstmord dann noch so überritualisiert wird, Ähm, finde ich, ist das nicht mehr ganz so geschmackvoll. Ich meine, da geht es um einen Menschen, der sein Leben verliert. Denn wenn Fehler bei dieser Zeremonie gemacht werden, also zum Beispiel, dass man in die falsche Richtung guckt oder ähnliches, dann gilt dieser Selbstmord als unehrenhaft. Und dann ist auch die ganze Familie, äh, dann betroffen von diesem unehrenhaften Tod des Familienoberhauptes in dem Falle. Äh, ich würde sagen, wir gucken mal in die nächste Runde rein. Ähm, der, dieser Selbstmord wurde übrigens auch in Japan zeitweise verboten, weil so viele, ähm, Angehörige der japanischen Adelsschicht Selbstmord begingen, dass es zu einer sehr starken Ausdünnung des Adels kam. Zumindest hat man dies befürchtet... Es sind genug mutige Männer gefallen. Es ist an der Zeit, über ein Ende dieser Kämpfe zu reden. Ja, ganz genau. Es ist Zeit, um über den Inhalt deines Portemonnaies zu reden. Ähm, ich wollte sagen, man befürchtete also, dass irgendwann die Adelsschicht in Japan nicht mehr existiert, weil einfach so viele Leute sich dann auch damit aus der Verantwortung gezogen haben, indem sie dann Selbstmord begingen, dass es später dann sogar verboten wurde. Äh, diesmal 1500 für 5 Runden. Und, äh, ne. Oh, okay, er will nicht. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich diese Mission habe. Ist da nochmal ein Shoni? Ne, ne, oder, ne, doch, ne? Na, mal gucken. Oder ein Amako-Schiff? Ich weiß jetzt nicht, ich hab... Ah, die Voko-Piraten ziehen sich nach... Oh, da ist nochmal einer. Ja, okay, den werden wir gleich angreifen, denke ich. Jetzt erstmal unser Ninja. Ja, du musst jetzt mal hier Auskundschaften. Oh. Ho, 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 ho. Kann ich die Schloss-Tore sabotieren? Schauen wir mal, was macht denn unser Ninja? Äh, 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 das ist ja noch schlimmer als in der Free-Climbing-Schule. Äh, oh. Oh nein, die haben mich gesehen. Äh, shit, äh, ab ins Blumenbeet. Hä, hä, sehr cool. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Hm. Okay. Es ist, äh, leider nicht geglückt, aber unser Ninja konnte nochmal entkommen. Das Problem ist, wenn ich jetzt Hockey angreife, dann könnte ich mir nächste Runde eigentlich auch den Deal mit den, äh, ähm, oh. Echt, jetzt haben die die Provinz wieder verloren mit den Shoni. Könnte ich mir dann fast schenken. Aus dem einfachen Grunde, weil ich dann selbst Wein habe. He, he, he. Äh, ja, da müssen wir mal gucken. Reparieren wir mal das Schiff. Wir können die Sackgeschenke ausbauen zu einem Spielsaal. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wie viele Schiffe haben die noch? Eins. Da könnten wir gleich einen Angriff drauf wagen. Aber das machen wir dann am besten jetzt, bevor wir unser Schiff da bewegen. Schau mal einer an. Sieben Erfahrungspunkte. Hallöchen. Versuchen wir die direkt zu entern. Also das Problem bei den Vokor-Piraten ist, dass die Schiffe von denen relativ hohe Unterhaltskosten haben. Aber sieben Erfahrungspunkte ist es mir echt wert. Das können wir wirklich riskieren, denke ich. Okay, da die da unten starten werden, werden wir sie sehr wahrscheinlich kriegen. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Dann werden wir mit dem Schiff wieder zurück in den Hafen segeln und das reparieren. Ach und jetzt habe ich ganz vergessen, hier den Ladebildschirm rauszuschneiden. Okay, ich vergesse es manchmal. Ich werde es in Bälde wieder machen. Aber das sollte jetzt eigentlich schnell gehen, oder? Ob das jetzt Nebel ist oder nicht, ist eigentlich nicht so entscheidend. Okay, geben wir mal Gas. Muss ja irgendwo da unten sein, der Bursche. Ich sehe da hinten doch schon was. Komm, der hat nix. Okay. Sehr nice. Ja, dreh mal bei. Du gibst Gas. So, Enterline auswerfen. Habt ihr die Enterline ausgeworfen? Okay, und ja, fortsetzen. Also ich will halt schon, dass das Schiff geentert wird. Denn mit sieben Erfahrungspunkten, äh, mit sieben Erfahrungspunkten müssen wir das Ding auf jeden Fall holen. Das ist jetzt für den Anfang auf jeden Fall saugut. Ob wir das später noch brauchen, das sei jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall für den jetzigen Zeitpunkt ist es sehr wichtig, weil uns das auf See doch einen sehr großen Vorteil bringt. Ich glaube, die, ähm, eine der kleinen Bogenkobaya, ich weiß nicht, ob wir die behalten sollen. Okay, sehr schön, ja. Hm, wie lange brauchen wir da hoch? Zwei, drei Runden. Hier geht's schneller. Ach, ne, guck mal, die haben die Erfahrung verloren. Ihr seht übrigens hier, 100 Unterhalt zu 75, ne? Außerdem hat er nicht dieses Rudern als besondere Eigenschaft. Er hat weniger Moral. Seht ihr die Unterschiede, ne? Ja, seht ihr, ne? Okay. Also dann versenkst direkt wieder. Da brauche wir das nicht, dann ist das unsinnig gewesen. Okay, ich merke mir das fürs nächste Mal. Und du kannst direkt mal hier hoch. Ja. Und wir brauchen mehr Schiffe. Wir brauchen noch ein paar Handelsschiffe. Ich brauche mehr Handel. Ähm, gut. Wie viele Runden haben wir noch für unsere Mission? Vier Runden. Kein Zeitlimit auf das. Gut. Die Zufriedenheit hier ist eigentlich momentan recht gut. Oh. Zwei Erfahrungspunkte. Hm. Gar nicht mal schlecht. Verbesserte Bewässerung. Handwerker. Cool. Mhm, 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 mhm. Weiß noch nicht genau, wie ich das hier mache. Ich denke mal, dass der Handwerker hier sehr wahrscheinlich... Ähm... Ja, der Pfeilmacher. Dann müssen wir sowieso Bogensamurai hier ausbilden. Dann können wir uns das Ding hier schenken. Das brauchen wir dann nicht. Denn es ist Quatsch, hier Bogensamurai auszubilden, wenn in der Provinz nebendran die Dinge einen Erfahrungsbonus und einen Trefferbonus und bla bekommen. Wir bauen dann mal hier noch eine Straße. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt unser Straßennetz halt ein bisschen verbessern können. Schwertschule, Bogendojo. Äh, Schwertschule wäre noch interessant vielleicht wegen Katanasamurai. Aber so wirklich interessant ist das momentan auch noch nicht. Mhm, das ist alles recht teuer. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, überheblich von mir schon mit dieser Provinz zu rechnen, als würde ich sie gleich erobern. Aber ich werde sie ja gleich erobern. Äh... Also die Ouchi... ...sind momentan noch meine Verbündeten. Ihr wisst ja, Geschichte, ne, so... ...1560 rum oder so haben die sich, ähm... ...gegen die Ouchi aufgelehnt, meine ich. Was machen wir jetzt? Wir haben noch 900 Kocke. Äh, warte mal kurz. Ähm... Wir sind momentan noch obskur. Also wir müssen da echt noch ein bisschen dran arbeiten. Klan-Eigenschaften. Wie, da gibt es so viele? Shinto-Buddhismus. Nahrungsmittel 2. Ja, ähm... Feinde sind momentan nur die Amako. Ich will mit den Chosokabe handeln. Die haben echt gute Ressourcen. Ich werde euch Gehör schenken, aber ich hoffe, es lohnt sich. Jetzt ist es auf einmal zufriedenstellend. Sehr geil. Okay, cool. Perfekt. 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 Dann können wir vielleicht sogar jetzt... Dann konnten wir vielleicht jetzt mit den Chosokabe handeln, weil wir den Wein von den Burschen da bekamen oder irgendwie sowas. Oh, das ist aber eine ungünstige Handelsroute. Ah, die bauen gerade in Ion einen neuen Hafen. Dann dürfte das damit was zu tun haben. Wie sieht es denn mit den anderen Clans aus? Da müssen wir mal gerade reingucken. Ist uns irgendeiner feindlich gesonnen? Eigentlich nicht. Die Urakami sogar freundlich. Minus 40. Nicht gut. Und... Yamana... Unerschütterlich. Krass. Handelspartner. Sind aber Verbündete der... Amako. Dann wäre es also gar nicht so schlecht, wenn wir die mal ausschalten. Zwei Runden noch Zeit. Haben wir hier schon unseren Stall? Dann schlage ich vor, dass wir den nochmal ausbauen. Die leichte Kavallerie ist okay zum Aufreiben von Einheiten, aber sie ist nicht wirklich stark. Ich hätte gerne sowas wie Yadi-Kavallerie oder so. Die ist auch sehr gut gegen gegnerische Kavallerie. Das ist immer eine sehr coole Einheit, um einen gegnerischen General aufzureiben. Insofern bleiben wir da jetzt mal dabei. Also wir machen das hier ganz, ganz slow und easy. Jawohl. Ne, da wollen wir dann nichts weiter. Da können wir dann irgendwann nochmal bei Zeiten auf das Piratenversteck gehen. Erste Runde. Gut, es sieht ganz gut für uns aus. Unsere neuen Handelspartner. Ach, ist es nicht schön. Wir müssen gucken, dass wir mit den Chosokabe ein halbwegs gutes Verhältnis haben. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Irgendwann wird von den... Den, äh... Wer war es jetzt? Die Shoni. Irgendwann werden die einem unserer Verbündeten den Krieg erklären. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir kommen jetzt an sehr, sehr wichtige Ressourcen ran. Ihr seht es auch hier, 1819 Koku pro Runde durch den Hafen. Ja. War zu befürchten. Ja. Okay. Ist aber okay. Ist aber okay. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob die das Handelsabkommen gebrochen haben, weil die Route abgebrochen ist, die wir mit ihnen hatten. Ich will nur, dass wir unser Handelsabkommen mit den Chosokabe behalten. Und du packst mir jetzt mal noch einen hier hinten drauf. Was kriegen wir hier eigentlich? Importe, ja. Äh... Was für Importe? Egal. Ja. Du segelst mir mal gerade hier rüber und guckst mal, ob hier drüben irgendwas von denen zu befürchten ist. Ja, Mama und Honma. Mehrere Clans, alle neutral. Da haben wir also... Nee, das sieht nicht so aus, als ob da noch ein Schiff von denen wäre. Ja, segel mal wieder zurück. Du bist repariert. Du hast nämlich viel Erfahrung. Zeig mir das nochmal gerade. Unsere Beziehungen zu diesem Clan haben sich so sehr verschlechtert, dass der Handel ab sofort abgebrochen wird. Haben sich unsere Beziehungen wirklich so sehr verschlechtert? Oder machen die das nur... Oh mein Gott, das sind Christen geworden. Waren das vorher schon immer Christen? Shit. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich gut. Das gefällt mir nicht. Hoho, sieben Erfahrungspunkte. Aber sehr schwach mal mit an. Aber der bildet das gerade fort, ne? Oh, Piraten. Shit. Wow, wow, wow. Haben wir den Hafen? Ach du Scheiße. Wir machen mal folgendes. Wir sichern mal erstmal hier unser Handelsschiff. Denn wir werden ja bald Weitenmeister der Wellen sein. Und dann werden die Rekrutierungskosten für unsere Marineeinheiten billiger. Und dann bauen wir hier jetzt... Das Piratenversteck. Denn dann kriegen wir mehr Erfahrungspunkte auf unsere Marineeinheiten, die wir hier fortbilden. Dann wird das hier eine sehr wichtige Marinewerft für uns. Noch eine Runde, dann haben wir es. Aber warte mal, das gilt nur für vier Runden. Da habe ich ein bisschen zu kurz gedacht vorhin. Leute, ich brauche eine kurze Pause. Muss mir das mal gerade durch den Kopf gehen lassen, was wir jetzt mit dem ganzen Geld machen. Und vor allen Dingen, wann wir die nächste Provinz angreifen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Arigato gozaimasu. Und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Matane.